Schuster sagt, das Träumen überlassen wir den Fans. Noch hat er das Saisonzielklassenerhalt nicht offiziell nach oben korrigiert. Allerdings, die Linien haben jetzt schon 44 Zähler eingesammelt und, und das ist ganz realistisch, mit so vielen Punkten ist noch nie ein Team aus der dritten Liga abgestiegen. Also, heute ein Sieg, der 98er in den blauen Trikots und womöglich kann sich dann auch Dirk Schuster nicht mehr an den Zweitligaträumen vorbeimogeln. Darmstadt in Bestbesetzung, Behrens und Seiler nach Gelbsperre wieder zurück in der Startformation. Keine 90 Sekunden gespielt, guter Auftakt für die Lilien. Ein Wurf durch Stegmaier, der sieht plötzlich Seiler, der spielt den Ball in die Mitte, Strohengel, Tor! 1-0, Darmstadt, sein 20. Saisontreffer, Dominik Strohengel. Keiner im Profifußball hat öfter getroffen als er. Kein Götze, kein Lewandowski, kein Wanzukic. Wahnsinn! Seiler natürlich völlig und viel zu frei hier. Und er spielt den Ball fast blind in die Mitte, weil er weiß, da ist er irgendwo. Der Strohengel, der steht da irgendwo. Und der trifft, wie er will. Das Ganze nochmal mit dem Blick auf den Torengel, wie sie ihn mittlerweile nennen. Er schüttelt Hornschuh ab und drin ist das Ding. Die U23 des BVB natürlich beeindruckt. Ein junges Team, Formschwanken, unterlegen. Ivana verliert den Ball. Dann Jordanov, der marschiert gegen Behrens und der marschiert gegen Stegmaier und der marschiert ins Tor aus. Brotlose Kunst. Das ist David Wagner, Trainer der gestern alter Bekanter im Böllenfall-Tor. Spielte hier von 2000 bis 2002. 57 Regionalligaspiele, 15 Tore. Sieben Minuten vorbei. Darmstadt natürlich mit breiter Brust, mit Rückenwind. Dann Strohengel und der Schuss von Behrens, abgefälscht. Aber kein Problem am Ende für Keeper Zlatan Alomerovic. Darmstadt 98, seit sagenhaften neun Spielen ungeschlagen ist von Beginn an. Nicht nur wegen der frühen Führung her im Heigenen Haus. Sulu, Ball abgefälscht. Ein Wurf für sein Team. Dann Strohengel. Ball bei Behrens. Der leitet sofort weiter auf Marcel Heller. Marcel Heller! Er ist nicht der größte Torjäger unter der Sonne, aber, und das weiß er natürlich am besten selbst, den muss er machen. Klasse! Geistesgegenwärtig weitergeleitet von Behrens. Der Ball Heller ist durch und hat ein bisschen zu viel Zeit nachzudenken. Das Spiel ist richtig gut. Dortmund oft mit frühen Ballverlusten. Darmstadt mit sehr gutem Ballschnellen Umschaltspiel. Berze auf Heller. Schön geöffnet. Stegmaier. Ivana viel Platz. Dann nochmal der Flankenversuch von Heller. Und am Ende Alomeroic. Zwölf Minuten vorbei. Die Gäste immer noch nicht so richtig drin in der Partie. Das ist Dutsch. Der wird gefoult vom Lille-Kapitän. Ein Touch Zulu. Freistoß. BVB-2. Und es macht Marvin Dutsch direkt und selbst. Marvin Dutsch. Der hat schon mal bei den BVB-Profis spielen dürfen. Ein Tor im Pokal gemacht. Und er ist mit zwölf Treffern zweitbester Drittliga-Torschütze hinter. Natürlich hinter Dominik Stroeg. Dortmund 2 ist sowas wie die Angstgegner der Lilien. Es gab noch nie einen Sieg für Darmstadt gegen die Reserve der Borussia. Ball zu Seiler. Der kommt zu Fall. Hornschuh. Erwischt ihn da beim Kreuzen am Fuß. Hier nochmal zu sehen. Gibt einen Freistoß. Für Darmstadt. Das ist natürlich eine Sache. Für Milan. Ivan. 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 Und Berzel. Tor. 2 zu 0. 14. Minute. Und dieses Ding ist sowas von einstudiert. Denn natürlich konzentrieren sie sich beim Gegner in der Mitte. Alle auf die 1,93 Meter lange Torlatte. Dominik Stroengel. Und der kleine Aaron da hinten am langen Pfosten. Der schleicht sich weg. Und der netzt ein. Auch wenn Dominik Notagel, der Dortmunder, natürlich hier mangelhaftes Zweikampfverhalten an den Tag legt. Hinten jubelt Berzel, weil er eingenetzt hat. Zack. Und vorne Dirk Schuster. Und vielleicht träumt er jetzt schon ein bisschen mit den Fans. 2 zu 0 Darmstadt. Sehr komfortable Führung. Ivana. Der hier den Ball bekommt. Wieder ein leichter Zweikampfgewinn. Milan Ivana. Immer noch Ivana. Ivana. Die Gäste extrem sorglos im Zweikampf. Milan Ivana setzt sich gegen 2 durch und spielt dann noch 2 weitere. Und gut zu sehen jetzt gleich. Der war richtig knapp. Halbe Stunde vorbei. Erst eine halbe Stunde vorbei. Es ist ganz viel drin in diesem Spiel. Es ist vor allen Dingen richtig viel Darmstadt. 98 drin. Seiler. Abgelegt. Auf Behrens. Der erschießt. Torwart Alomerovic. Fast auf der Flucht. Malte 2 zu 0 Klasse Schuss. Nur ein bisschen zu zentral gesetzt. Malte 3 zu 0 Klasse Schuss. Und wieder nur kurze Zeit später. Kaum Zeit zu atmen für die Gäste. Die Lilien unglaublich dominant. Viel Ballbesitz. Kaum Fehler. Stegbein Schön gesehen, Heller Marcel Heller und Treude Kehrt zur Ecke Vor Marco Seiler Der viel ackert heute Ecke getreten Von Ivana Sofort nachgesetzt Wieder über Heller Und der findet Gorka Benjamin Gorka Völlig frei Solche Kopfballchancen hat der lange Innenverteidiger auch schon Verwandt Es dauert knapp bis zur 35. Minute Bis die Dortmunder Reserve mal wieder Was zeigen kann Weil Darmstadt hier Den Fehler macht Im Aufbauspiel Dann Treude Der marschiert Treude Und Zimmermann ist da Tim Treude Traf letzte Woche Beim 2 zu 0 Das BVB 2 Gegen Duisburg Der MSV Heute ja der Gegner Von Wien Wiesbaden Die Bilder gibt's gleich Und der MSV nächste Woche Zu Gast hier Am Böllenfalltor 60 Sekunden später Werze Gorka Und Strohengel Alles Trifft er dann doch nicht Der 20 Tore Mann Dortmunds Dominik Notnagel Unglückiges Spiel Heute Köpft den Ball Direkt auf den Fuß Von Dodo Es ist nicht viel zu sehen Von BVB 2 Auch weil Darmstadt Fast nicht zulässt Das wenige Das es zu sehen gibt Von den Gelben Soll nicht unterschlagen werden Ja dann auch Schöner Trick Gegen Stegmaier Der hält ihn fest Bekommt dafür Auch die gelbe Karte Klar Taktisches Foul Freistoß Für Dortmund 2 Edison Jordanov Und dann kommt der Ball zu Hornschuh Aber bleibt beim 2 zu 0 Es ist Benjamin Gorka Der nach dem Freistoß Von Jordanov Fast unfreiwillig Zum Vorlagengeber Wird Die letzte Szene Vor der Pause Gehört dann nochmal Den 98er Marcel Heller Der den Ball erst verliert Aber klasse nachsetzt Auch fair nachsetzt Heller Gondorf Und dann Behrens Nochmal Ball wieder bei Heller Gondorf Heller Spielerisch ist das auch Richtig gut Behrens Wenn man in Lidiin Irgendwas vorwerfen kann Nach dieser ersten tollen Hälfte Dann Die Chancenverwertung Ein 4 zu 0 Zur Pause Das wäre durchaus drin gewesen. So aber sehen zwei Relikte aus den 90ern, die Teletubbies, nur ein 2 zu 0 zur Halbzeit. Und während sich die Jugend, die kleine Jugend, den neuen Medien widmet, Unterhaltung früher und heute. Die zweite Hälfte. Darmstadt jetzt von rechts nach links, schickt sich an, auch das zehnte Spiel in Serie nicht zu verlieren. Stegmaier und Gondorf, der packt nach 50 Minuten schon mal die ersten Kunststücke aus. Heller. Ballverlust. Durch Strohengel hier, aber Achtung, Strohengel, der stibitzt sich die Kugel zurück, aber der wird gehalten von Meissner. Meissner, der hält und zieht am Trikot von Strohengel nach dem Ballverlust hier. Und Meissner, der hatte schon in der ersten Halbzeit die gelbe Karte gesehen und deswegen sieht er jetzt gelb, rot. Darmstadt in Überzahl und das Ganze über eine halbe Stunde vor dem Ende. Wagner's Rückkehr nach Darmstadt landet komplett im Quark, so scheint es. Also, die Lilien ein Mann mehr, 2-0 in Front. Gute Möglichkeit für Gorka. Dann der Konter für Dortmund. Aber auch Darmstadt hier komplett stabil. Eine Stunde vorbei. Die Partie jetzt noch einseitiger als in der ersten Hälfte schon. Heller. Wieder toller Einsatz. Holt sich die Kugel. Heller. Auch der wird gefoult. Diesmal von Niako. Auch dafür gibt's gelb. Und auch dafür gibt's einen Freistoß. Ivana. Und wieder will sich da der Berzel am langen Pfosten wegschleichen. Aber Alomerovic hat aufgepasst. Und Darmstadt spielt übrigens auch die Überzahl dann richtig gut aus. Macht großen Druck auf den Gegner und versucht es konsequent über die Flügel. Über Heller. Und dann Ivana. Tim Treude klärt am Ende auf der Linie. Schöne Flanke von Heller. Ja. Fast. Das 3-0. Um es mal mit den Zweitliga- oder um mal die Zweitliga-Träume der Fans ein wenig zu befeuern. Die Lilien haben schon in der letzten Woche fristgerecht die Lizenzierungsunterlagen eingereicht. Für die 3. und die 2. Liga. Wohl wissend, dass bei einem Aufstieg vor allem das alterwürdige Böllnfalltor deutlich aufgehübscht werden müsste. Gondorf, Stegmaier, Gorka, langer Ball auf Gondorf. Klasse weitergeleitet auf Strohengel. Tor! 3-0. Darmstadt. 74. Und Dominik Strohengel eiskalt vor der Kiste des Gegners. Und wir müssen jetzt auch mal nach diesem Tor über den Torrekord der 3. Liga sprechen. Den hält noch, noch Regis Dorn mit 22 Treffern. Das hier ist Strohengels 21. Es ist nur eine Frage der Zeit. Danach dann geht Marco Seiler. Und der wird richtig, richtig gefeiert von den 7100 Zuschauern. Und das richtig zurecht. Denn er hat zwar heute ohne Tor, aber sein Arbeiten, sein Acker, sein Räume aufreißen ist so wichtig für die Tore. Seine Sturmpartners Dominik Strohengel. Für ihn kommt Benni Maas. Noch 10 Minuten. Das Spiel ist natürlich entschieden. Die Frage ist nur, geht noch einer rein? Strohengel hat das Auge für Ivana. Plätz natürlich jetzt für die Lilien. Ivana. Und der sieht heller. Volley! Schade. Super Flanke von Ivana. Und jetzt achten Sie gleich mal in der nächsten Einstellung auf den unteren Bildrand. Unten rechts kommt er jetzt ins Bild. Die Nummer 4, Sulu. Daher freut sich schon. Bisschen zu früh. Die letzte Szene, die gehört dann noch den Gästen. Die es heute schwer hatten. Weil Darmstadt richtig gut spielte. Weil Darmstadt früh traf. Und weil Darmstadt am Ende auch noch in Überzahl spielen durfte. Das ist Harder. Dann Derstroff. Aber auch das wird nichts. Und dann war es das. Schiedsrichter Christian Dietz macht Feierabend. Darmstadt gewinnt hochverdient mit 3 zu 0 gegen Dortmund 2. Erstmals ein Sieg gegen den Angstgegner, der jetzt keiner mehr ist. Und die Träume in Darmstadt, die wachsen. Die Träume vom Zweitliga-Fußball am Böllenfalltor. Und da wird sich auch der Realist, der Trainer, Dirk Schuster nicht mehr lange verschließen können. Denn die Realität, die heißt Tabellenplatz Nummer 3.